Leroux Massager Das Leben fast aller modernen Menschen überall auf der Welt ist mit viel Arbeit und Stress verbunden. Das führt letztendlich zu gesundheitlichen Problemen, ständiger Schlaflosigkeit und schlechtem Wohlbefinden. Massagen können jedoch dabei helfen. Was ist aber, wenn es keine Möglichkeit gibt, ständig zur Massage zu gehen? Da gibt es einen Ausweg, nämlich der Kauf dieses winzigen Gerätes namens Leroux, das von chinesischen Ingenieuren entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um ein Massagegerät, das bis zu drei Stunden lang eine entspannende Kopfmassage bietet. Leroux ist leicht, kaum spürbar und imitiert eine Fingermassage. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Massage der Kopfhaut und des Gesichts Stress reduziert, entspannt, den Körper und den Geist neu startet, dazu auch noch gegen Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit hilft und den Haarwachstum stimuliert. Dieses kleine Ding im Wert von 179 US-Dollar ist von unschätzbarem Nutzen und verbessert erheblich die Lebensqualität. LevyBot S Wahrscheinlich sind alle von euch der Meinung, dass Katzen entzückende Wesen sind. Für viele werden sie zu den besten Freunden, doch sie haben auch einen Nachteil. Niemand räumt gerne Katzenklos auf. Allerdings lässt sich dieses Problem inzwischen leicht lösen. Dazu braucht man nur solch ein selbstreinigendes Katzenklo zu erwerben. LevyBot S des Unternehmens Pursong übernimmt die unangenehme Aufgabe und spart auf diese Weise viel Zeit und Mühe. Das Gerät reinigt nicht nur selbst die Einstreu von Abfallprodukten, es sorgt auch noch dafür, dass das Katzenklo immer gefüllt ist. Alles, was man dafür tun muss, ist den Spezialtank nachzufüllen. Danach kann man über die Existenz des Katzenklos für weitere drei Wochen wieder vergessen. Während dieser ganzen Zeit wird LevyBot S schmutzige Katzenstreu reinigen und sie durch Frische ersetzen. Nachdem der Müllbehälter wieder entleert wurde, ist das Gerät wieder betriebsbereit. Darüber hinaus ist es leise und schreckt die Katzen nicht ab. Es sammelt auch Daten über die Aktivität des Tieres, sodass diese später verwendet werden können. Der Preis liegt bei 900 US-Dollar. Grillbott Leider haben viele schöne, coole Dinge ihren Preis, wie zum Beispiel gegrilltes Essen. Oder zumindest früher, als es noch keinen Grillbott gab. Das ist ein kleiner, aber sehr effektiver Roboter, der für die meisten modernen Grillmodelle ausgelegt ist. Mithilfe des Grillbottes braucht man keine Zeit mehr für die harte und schmutzige Arbeit zu verschwenden. Alles, was man dafür tun muss, ist, den Roboter auf das Grillgitter zu platzieren, nachdem das Essen zubereitet wurde. Der Roboter bewegt sich kontinuierlich in alle Richtungen und entfernt mit seinen Bürsten Fett, Schmutz und weitere Verunreinigungen. Die Bürsten sind abnehmbar und können daher schnell und einfach sogar in einer Spülmaschine gewaschen werden. Der Preis liegt bei 90 US-Dollar. Keyback Und hier ist ein Gerät, das keinen besonderen praktischen Nutzen hat. Der Keyback-Rucksack eines Entwicklers aus Kyrgyzstan eignet sich für Menschen, die sich gerne von der Masse abheben. Es hat ein ungewöhnliches futuristisches Design und kann als tragbares Netzteil für Geräte verwendet werden. Das Gehäuse des Keybacks ist mit einem schlanken Display mit 1044 Pixeln ausgestattet, auf dem zahlreiche Bilder und Aufschriften angezeigt werden können. Welche genau? Das bleibt allein dem Besitzer überlassen, der sie mithilfe der offiziellen App ändern kann. Ein zusätzlicher Vorteil sind eingebaute Lautsprecher. Keyback kann ab sofort vorbestellt werden. We love Amadillo Der Elektrotransport wird von Jahr zu Jahr immer beliebter. Aufgrund des Rechte und Preises bleibt er für viele immer noch unzugänglich. Der Elektrotransport wird von Jahrzehnte 시도 können mit 80 puede sein Gateapseindenggiung. Der Elektrotransport wird von Jahrzehnte über 20 AD 2019 mal bei 20 AD 2020 Flame Berlin zweckungs nectar, ein sound carvedколiste bis 20 AD 2013 ist. Das Ghost Pacer Der Wunsch mit dem Laufen anzufangen entsteht wahrscheinlich bei allen Menschen. Der Mangel an Unterstützung scheint aber für viele ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Ghost Pacer ist eine App, die speziell dazu entwickelt wurde. Darüber hinaus hilft es, Trainings produktiver und effektiver zu gestalten und immer das Maximum aus sich herauszuholen. Dazu wird noch eine AR-Brille mitgeliefert, die ein laufendes Hologramm erstellt und die jeweilige Person dazu anregen soll, ihre Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten oder sogar zu erhöhen. Die Bewegungen und die Geschwindigkeit des Hologramms sind anpassbar. Es kann sowohl mit einer bestimmten Geschwindigkeit als auch mit dem Tempo der jeweiligen Person laufen und somit helfen, das eigene Ergebnis zu verbessern. Außerdem kann der Ghost Pacer den Lauf eines Freundes auf derselben Strecke kopieren. Darüber hinaus hat man auch die Möglichkeit, mit echten Menschen zu laufen, wenn auch nicht in Echtzeit. Der Ghost Pacer macht das Training also viel interessanter, sodass man die eigenen sportlichen Leistungen innerhalb kürzester Zeit verbessern muss. Der Preis liegt bei 230 US-Dollar. Walking Pad S1 Ein weiteres Hindernis für Jogger ist die fehlende Lust oder die Möglichkeit, rauszugehen. Moderne Hersteller haben auch für dieses Problem eine Lösung gefunden. Walking Pad S1 ist ein Laufband eines US-amerikanischen Herstellers. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Laufbändern durch eine kompakte Größe und eine zusammenklappbare Konstruktion. Walking Pad S1 passt sogar in einen besonders kleinen Raum. Verstaut werden kann das Walking Pad S1 einfach unter dem Bett, unter dem Sofa oder auch im Kleiderschrank. Der Preis liegt bei 469 US-Dollar. Nexasys Die letzte Erfindung, die wir euch heute zeigen möchten, wurde auch dafür geschaffen, um Menschen dabei zu helfen, einen gesunden, sportlichen Lebensstil zu führen. Der Nexasys kann zu einem unverzichtbaren Sparing-Partner werden, der euer Training auf ein ganz neues Niveau bringen kann. Es ermöglicht die Muskeln des ganzen Körpers zu trainieren. Je nach gewähltem Programm kann man es sowohl zum Kraft- als auch zum Kardiotraining verwenden. Die Entwickler behaupten, dass Nexasys den Wettbewerbsgeist wecken und das Training viel interessanter machen kann. Unter diesen Bedingungen ist es viel einfacher, die Produktivität zu steigern und eigene Ergebnisse zu verbessern. Das Gerät hilft auch dabei, neue Kampftechniken und Bewegungen zu entwickeln und trainiert dazu auch noch das Gehirn. Die App sammelt Informationen über das Training, trainierte Muskelgruppen, verbrannte Kalorien und vieles mehr. Das Sortiment des Unternehmens umfasst mehrere ähnliche Modelle für Profisportler, Anfänger und den gewerblichen Einsatz. Der Preis liegt ab 2000 Dollar. Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Gehirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.